ach ja jetzt können wir uns mal vernünftige umgehen wir gehen doch erst einmal auf der opi weg und treffen wir glaube ich hier irgendwo wir gehen dass man wieder nach vorne vor die vor die stadt die kopfbein ziehen genau hallo stadtwache mit blatt willkommen im mauswald neu an kömmling dein freund mit den roten augen kam mir irgendwie bekannt vor hier ein gut gemeinter rat von mir für euch bleibt lieber in der stadt die krähen kreisen heute niedrig über dem wald danke wir brauchen die stadtwache hey wer bist du ich habe dich hier noch nie gesehen quatsch der ist jedoch vorhin schon durchgelaufen ja zusammen mit einem hasen mit stechenden roten augen also an den erinnere ich mich ich bin jerry haselnuss magier in ausbildung magier deinem freund mit den roten augen hätte ich das ja noch abgenommen wieso muss ich eigentlich hier draußen wache stehen während du spaß haben darfst ach ja benachteiligt das kleines spitzmäuschen hallo wie was hat da jemand was gesagt ich glaube für eine richtige unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommt ja ich glaube so und hier müssen großer feld da tümpelt und dümpelt ein dicker fisch am grund des baches vor sich hin ich glaube der warte dass ihm jemand die schleuse aufmacht macht doch mal schleuse schleuse ja gut dann halt nicht aus dem boden ragende statu noch eine statu sieht aus als ob diese steinäuglein schon viel gesehen haben schön dass man hier alles weg durchs gras alles angucken und alles alles quasi begrapschen kann eine ganze stadt passt unter den baum wer sich da oben in der krone des baumes einen kobe baut hat sicher ein super ausblick ich frag mich ob eichhörnchen und bäuse bei uns auch so wohnen bin ich bei uns im wald zu hause etwa immer nur falsch abgebogen scheint so so weg durchs gras wir könnten theoretisch noch weiter raus das ist aber im moment noch gar nicht unsere aufgabe wir gehen erst mal wieder rein und gehen nach und ja hör doch mal auf zu seufzen guten tag jetzt wenn wir dich nämlich mal vernünftig ansprechen warum stehst du denn hier oben ich bin zum kanonendienst eingeteilt worden wir hatten hier ein großes krähen problem naja haben wir mussten sogar evakuieren das klingt schrecklich oh ja also wenn ich so ein garstiges tier sehe dann kaboom meistens fliegen sie aus nordwesten heran ich muss immer die augen offen halten auch bei nacht ja besser ist das könnte ein bisschen schwierig werden wenn das nur eine person macht gehört mit schichtbetrieb und statu diese statu sieht unheimlich weise aus die haben hier am bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben gluckern sehen ob die in irgendeiner form noch wichtig werden hier dich kennen wir doch guten tag herr eichhörnchen jeder nimmt mich spitzweg also darfst du das natürlich auch ich bin übrigens kein eichhörnchen sondern ein ziesel das wusste ich nicht so bepackt sehen sie aus als ob sie später noch viel vor hätten ich bin ein abenteurer und wissenschaftler und meine neueste forschungsreise soll über die sieben weltmeere gehen um ihre unterschiede in flora und fauna zu dokumentieren aber viel vor sie die nur all die karten in meinem rucksack an die schönheit der natur manifestiert sich in ihrer subtilsten entzückendsten weise in diesen liebevollen niederschriften ja es ist schon ein enormes abenteuer und es beginnt hier im bescheidenen heimatlichen kaltwasserbach das klingt ja spannend aber wieso machen sie sich dann nicht auf den weg so viel mehr braucht doch sicher unheimlich viel zeit um komplett angeguckt zu werden wem sagst du das ich wollte das erste wegstück hier mit einem traditionellen mauswalder blattfloß zurücklegen ich habe es gestern bei den igelbrüdern in auftrag gegeben sie sind die talentiertesten und verlässlichsten handwerker hier im wald sie wollten das floß einfach den kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen aber ich stehe schon recht lange hier sag mal gehst du zufällig zum kürbisfeld am stadtrand wenn du bei der werkstatt der igelbrüder nach meinem boot fragen könntest würdest du mir einen riesigen gefallen tun kein problem ich kümmere mich darum siehste sag schon eine neue aufgabe turm mehr hast du dazu nicht zu sagen worte fest verschlossen ich war sehr verdrossen doch fest verschlossen ich reite auf großen zossen doch es ist fest verschlossen ja klassiker ne haben wir sonst noch irgendetwas da kommen wir anscheinend dann erstmal nicht hin da ist noch eine eulenstatue wer ist da wer ist da oh da sitzt nur noch so eine eulenstatue mein fehler zum trottel nein 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 alles gut kanonier ach die kanone kann man natürlich anfassen nö warum eine kanone ganz wie aus einem piratenfilm arrr ich bin jerry haselbart der piratenmagier pfoten weg niemand darf die kanone anfassen nicht einmal ich besonders nicht ich außer im notfall die kanone muss für den nächsten krähenangriff bereit sein stell dir nur vor es fliegt wieder so ein tier in das rathaus meistens fliegen sie aus nordwesten heran ich muss immer die augen offen halten auch bei nacht dieses subtile darauf hinweisen dass der irgendwann einpennt pfoten weg die kanone muss für den stell dir meine ich auch ja gut dann halt das nicht sonst noch irgendwas vergessen die hatten wir schon die schleuse kann dann nur wieder mhm sein dann gehen wir mal zurück und wir gehen mal im urzeigersinn erstmal ins papier ja hier riecht es aber gut irgendwie auch nach kräuterbonbon ach du schon wieder schlüssel okay schnuck schnuck und wenn wir erstmal so ein bisschen um was haben wir hier denn fass mit gesunden küchlein irgendwas stimmt hier nicht ein ganzes fass voll mit kleinen kuchen und niemand da der sie ist ja dann kommt sie mir so nicht seltsam was diese naps küchlein sind ullis lieblings kuchen mit kräutern aus seiner apothek probier mal komm schon nur mal dran knabbern tut mir leid aber ich möchte lieber nicht labormaus für die napfküchlein sein labormaus ist das ein wissenschaftler dort wo du her kommst äh nein das sind äh nicht so wichtig ich wollte gerade sagen halt bloß sowas sollte man hier vielleicht nicht unbedingt erwähnen äh beschriebenes Blatt da steht Kaffee kostenlos aber bitte bitte probieren sie auch unsere napfkuchen napfkuchen anja hier sprechen wir gleich an Klappenmaschinen einmal heißer Kaffee hm das klappt so nicht ja ciao anja hm Glocke aus dem Rucksack nimmt immer wieder den Schlüssel schließt auf geht raus kommt irgendwann wieder schließt wieder ab und seufzt dann hm äh Schlummertrunk Baldrian-Tropfen da steht ein Fläschchen kostet einen Laubtaler hm ich habe keinen Laubtaler nicht einen einzigen auch Geld muss die Leute alle alle betäuben Kräuter-Botheke hm so wie es da riecht sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin noch eine Glocke Käserad da hängt ein Zettel dieses Käserad hat einer unserer Gäste liegen gelassen da ist seit drei Jahren vergeblich auf Abholung wartet dürfen sich nun alle Gäste kostenlos bedienen liebste Grüße Anja kostenlos ich bin hier hm oh man der Käse ist steinhart ok aber wir haben ja noch in der letzten Folge zum einen eine Briefmarke bekommen die gucken wir uns erstmal der Marquis sagt ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben in dem die Einladung steckt ich frage mich warum ähm Magic und so der Marquis hat gesagt ich soll sie verschicken die Einladung sieht echt alt aus da steht in geschwungener Schrift liebe Leute lest ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün so lasst beginnen das Wipfelfest mit Speis und Trank und laut Gesang äh soll wohl Gesang heißen ja das tut man ja alles damit das nicht reimt ein beheimnisvolles Buch die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben es ist voll mit Schrift die ich nicht lesen kann ob es wohl diesem geheimnisvollen Walschrat gehört wahrscheinlich ah das sehe ich jetzt ja erst wir haben jetzt unseren Zauberstab Rad ersuch jaaa cool schön gemacht äh leer macht er nix Hintertür na gehen wir aber noch nicht hin Kräuterapotheke Kräuterapotheke riesiges Cluster dann haben wir hier ein Bild noch ok Maulwur Hallo guten Tag mein Freund Moment Ihre Stimme kenne ich doch Ludwig Gräber der Name Wellesumpf 103.5 äh 5 Maulwurf am Morgen Maulwurf am Mittag Maulwurf am Mittag Stimmt Ich hab sie schon mal im Radio gehört Ja Leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen Ich sende nämlich aus dem Sumpf seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben Sie sind also Radiomoderator? Ja leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen Ich sende nämlich aus dem Sumpf seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben Wellesumpf 103.5 äh 5 Maulwurf am Morgen Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend 24 Stunden Gibt es Hoffnung dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren Was? Aber ihre Fans Über meine wässrigen Witze Wie werden sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist Oh, sie können doch nicht einfach aufgeben Mach ich auch nicht Knack dir ne Nusshörnchen Wie die Jugend heute sagt Nein Um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen Müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zu kleben Okay Ich wollte auch immer mal zum Radio Das ist die richtige Einstellung Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt Kontern kann Äh Ja? Ich, äh, was soll ich denn sagen? Was Lustiges Ah, okay Also, warum überquert das Hund die Straße? Das wird nichts Der Witz Kommt hier in Mauswald sehr schlecht an Vertrau mir Oh, okay Versuch mal was passendes für unser Publikum aufzutreiben Dann probieren wir's nochmal Ja, was war denn nochmal die andere Option? Ich konnte das versuchen mit der Maus Ich wollte auch immer mal zum Wenn du pfiffig Ja, versuch Achso, ich hasse auch noch nicht so gut Na gut Ich muss dann mal weiter Auf bald Und denk dran Welle summen, Maulwurm, Maul unten Ja, Glöckchen Ding Ach, vertrocknetes Teegebäck noch eins Hallo? Äh Sekunde Ja Mach mal schneller Der hat Rollschuhe an Hallo, junger Mann Hätte der alte Uli jetzt gesagt Wer ist denn der alte Uli? Ach Ein lieber Freund von mir Siehst du das Bild hier auf dem Tresen? Ihm gehört diese kleine Kräuterapotheke Ich verstehe Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter? Nun Er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein Ah, da hätte ich fast was vergessen, Apfelbäckchen Apfelbäckchen Einer von Ullis gesunden, zuckerfreien Dauerlutschern für dich Zuckerfrei? Ich habe Ullis Kräuter auch in einige Teilchen gebacken Stellte sich aber heraus, dass die so auch niemand wollte Kann ich mir gar nicht vorstellen Wusste ich doch, dass du Ullis Kräuter zu schätzen weißt Nimm, die sind jetzt schon etwas trocken, aber Trocken? Viel Spaß beim Lolli schlecken und Kuchen knabbern Zimtsternchen Die vielen Spitznamen von Von ihr für mich Löckchen Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen Wie viel hast du? Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen Anja dann Mein Name ist Anja Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé Hallo, ich bin Jerry Du bist ja zuckersüß Äh Äh Ja, das klang wirklich gefährlich, das Geräusch Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich Aber ja, gefährlich lecker Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat Explodierende Kekse Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück Es wird Pfannkuchentastisch Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben Der kleine Humbert ist etwas schwierig Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge Aber Für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein Vielleicht bringen ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab Oder an die Decke Naja Ja, okay Natürlich Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen Oh, ist es schon wieder so weit? Wie schön Ich werde viele, viele Napfkuchen backen Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume Aber da musst du die Zwerge fragen gehen Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches, im Dunkelwald Ja, hurra Ja gut, dann ähm Bis später Pass auf dich auf Was haben wir denn mittlerweile alle so angesagt? Die Zwerge liefern keinen Blausaft, was ist da noch? Ja, okay Also den Blausaft Spätze Warte an dem Boot Genau, die Igel haben wir auch noch Oh, unsere Aufgabenliste ist Reichlich gefüllt Die Tür ist jetzt offen Ja, siehst du Dann mal Hä? Hä? He! He du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh oh! Das wusste ich ja gar nicht! Das wusste ich ja gar nicht! Na komm, einmal noch! Die Tür ist jetzt offen He! He du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh oh! Ach schön! Können wir den Schlüssel mitnehmen? Den Schlüssel lasse ich besser hängen Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb Hierzulande wird man bestimmt zu tausend Runden im Laufrad verurteilt Hehehehe Ja, deine Witze sind auch ganz schön trocken Wie die Gewürze Ja, das ist ja natürlich gerade reingekommen Ich wollte ihn doch nochmal ansprechen hier Ach, ein Baumstamm Es sieht jemand Ja, geh doch mal rein Na? Ach, ja komm Da ist er Na jetzt setze ich Jetzt stell dich hier nochmal hin Schnür Schnür Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist Komm bald wieder Solange passe ich auf deinen Garten auf Oh! Er zerreißend Na gut, dann ab zur Stadt bitte Ja, ich schau da Ja, ich schau da Ja, ich schau da